Wie ihr es sehen könnt, steht hier schon ein Crazy Wolf. Ich werde euch nämlich heute den ersten von dreien Crazy Wolf Energies, die ich gerade vorhanden habe, vorstellen. Und hier ist der Crazy Wolf Mango. Ja, was ist hier drin? Wir haben hier Fruchtgehalt von 9% mit Zusatzvitamin und Mango-Geschmack. Es ist erhöhter Koffeingehalt, ist nicht für Kinder und vor allem für Schwangere oder stillende Frauen geeignet. Also es ist auf jeden Fall Mango-Saft drin. Es ist Orangensaft drin und sogar weißer Traubensaft. Wir haben Pfirsich-Saft enthalten, Maracula-Saft, Ananass-Saft, Zitronensaft, Guaven-Saft. Also wir haben hier eine ganze Menge an Früchten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schmeckt denn der Crazy Wolf? Wichtig zu erwähnen ist, dass es diesen Crazy Wolf nur bei Kaufland gibt. Zumindest ist das eine Eigenmarke von Kaufland. Und ja, wir haben hier eine schöne gelb-orangene Flüssigkeit. Und ich würde jetzt auch mal sagen, dass ich es testen werde. Es ist ein ziemlich, ziemlich geiles Getränk. Und ich ärgere mich, dass ich kein Kaufland in der Nähe habe, weil dieser Crazy Wolf Mango ist einer mit der besten, die ich eigentlich bisher getrunken habe. Also von allen Energies rede ich gerade. Es gibt zwar den einen oder anderen von Rockstar, den hier gleich steht. Aber der Mango von Crazy Wolf, der ist ja anders geil. Ich schmecke auf jeden Fall die Zitrone, Orange und Mango heraus. Er ist überhaupt nicht so zuckerhaltig, wie ich anfangs gedacht habe. Ich würde sogar behaupten, dass der Crazy Wolf Mango hier weniger Zucker hat, als ein Kolossus von Lidl. Und allgemein weniger Zucker, als ein Rockstar Energy. Und der Nachgeschmack von dem Getränk hier ist auf jeden Fall Mango und Orange haltig. Das ist eine richtige Geschmacksexplosion. Ich kann gar nicht alles da drin erschmecken. Das ist wirklich wild. Wenn wir dann nochmal zu dem Design der Dose kommen. Es ist auch ein verdammt geiles Design. Also ich mag dieses ja zersplitterte hier den Wolf allgemein. Ich weiß nicht, der hat irgendwie was. Die Dose an sich ist auch sehr einfach gehalten. Aber alles zusammen ist das ein absolut geiles Getränk. Ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen, wer zu Hause in der Nähe ein Kaufland hat, der kann sich den gerne erholen und auch gerne seine Meinung in die Kommentare schreiben. Oder wer auch einen anderen Energy Drink sehen möchte, den es momentan noch gibt, kann es auch gerne in die Kommentare schreiben. Von mir gibt es eine absolute Kaufempfehlung zu diesem Energy. Und in den nächsten Videos werdet ihr beide von denen da hinten sehen. Von denen Crazy Wolf Beere und von denen Crazy Wolf Ginseng Guarana müsste das gewesen sein. Schmeckt nicht so zuckerig. Schmeckt absolut nach das, was auch angegeben ist. Nicht so wie bei anderen Marken. Ich hoffe ich konnte euch da weiterhelfen und habt noch einen schönen Tag.